So, heyo zu einer weiteren Folge. Diesmal gehe ich mit dem lieben Cloud. Adios Michi, was auch jeder weiß. Rüber nach Estera, wir sind noch nicht ganz schlüssig welchen Riss, aber ja. Ich mirr mich mal wieder, entmute mich mal wieder im TS. Es ist auf jeden Fall jetzt Aufnahme, ne? Wollen wir den großen Riss nehmen, der eine Stunde hält, weil dann sind wir relativ nah an deren Base. Ich glaube, der wäre gut, der jetzt hier rechts ist, ne? Dann nehmen wir den. Übrigens, ich kann jetzt noch, oh gut, wie oft kann ich noch craften? Äh, 160 mal. Vielleicht werde ich noch 90. Mit den Sachen, aber irgendwie habe ich da gerade keine Lust. Warte mal, ich muss da eben kurz Windows Defender ausmachen. Ist ultra nervig. Okay, ist aus. Yay, und die FPS steigen in die Höhe. Ach, ich hasse es. Ähm, wir müssen jetzt hier rechts noch. Kann ich auch, wo rumlaufen. Ja, ja, oben rechts dann. Habe ich eigentlich alles dabei? Ja. Oh, diese scheiß Marmonade, die man gekriegt hat, ne? Ich meine, wo brauchst du noch Marmonade? Also jetzt bei... Boah, ich komme nicht drauf. Beim Zirkus. Wofür brauche ich blöde 2000er Marmonade? Ganz ehrlich, weg damit. Ja, Müll halt. Ja, mehr als Müll ist es nicht. Und die 4000er, ich meine, ich bin so schon eigentlich nie Marmonade. Ich meine, du hast meistens deine GK voll. Und das M hat jetzt nicht so die ultra häufig verwendeten GK-Fertigkeit. Wollen wir mit Magma-Geist rumlaufen, dann kann ich das ändern. Dann habe ich nur Marmonade weniger. Wo sind denn wir? Ja, das geht. Äh, gib mir mal einen Moment, dann bespere ich mal Magma-Geist. Okay, ist draußen. Äh, wo wollen wir kisten? Such dir was raus. Wie da oben rechts bei diesem Port-Teil, wo eh niemand hingeht. Wird es jetzt hier die Mobs machen? Äh, oben rechts, dann müssen wir da runter. Ne, doch da rüber. Wird die die Mobs einfach keinen Schaden machen? Ich wollte gerade meinen Fischen ziehen. Und den Magma-Geist wegschicken. Oh, das wäre ja so schlau gewesen. Ja, nicht sehr intelligent gewesen, hätte ich eher Vision machen müssen. Ja, ja, nein, 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 dann ist das Vision weg. Wenn ich den Geist beschwöre, ist das Vision weg. Ich finde, diese Butterfly sieht einfach total cool aus, ne? Also dieser Schmetterding. Also, ich stelle, du hast ja gerade einen Dott drauf. Ähm, Kisk. Ich stelle schon, ja. Ja, ist Kisk, oder? Ne. Ich glaube, ein Meereskisk. Das ist mir egal, ich will jetzt in einer Kiste stellen. Wenn, dann nimm mal ein Meereskist. Wenn, dann. Nein, dann stellen wir nicht ein Meereskist. Dann stelle ich mal, nimm endlich mal ein Meereskist mit, damit sie nicht ganz so schlecht gesehen werden. Aber das, das, nein. Doch. Ich habe noch ein paar Ali-Kist, die brauche ich erst auf. Du musst den looten. Loote den und mach den Loot auf. Michi. Ah, ich bin dabei. Achso, ich dachte gerade, weil, ich dachte, du hättest dich verpackt. Okay. War nichts drin. Es geht ums Grundprinzip. Jetzt habe ich so viel Meereskino gemacht. Achso, weil ich gecrashed habe. Okay. Oh Gott, ich habe zwölf Stunden, glaube ich, geschlafen oder so. Ich bin einfach noch müde. Ja, das tut weniger. Aber ich weiß immer noch nicht, wo die, wo die Doofen das sind. Warte, ich nimm doch gerade auf. So, wenn jemand von euch weiß, woher man dieser Ranger kriegt für die Quest. Das ist zwei Tauben. Rang 1er. Jäger, Jäger. Ähm, einer ist im Halt. Ich bin im Steep. Ende der Schaff. Schaff, 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 schaff. Magma, Geist, du schaffst das. Hau rauf. Boom. Ja, jetzt ist er da vorne. Ich will aus dem Steep. Ja, toll. Ich habe jetzt echt die ganze Zeit, während wir den getötet haben, geschaffen. Hast du eigentlich die, ich habe diese Event-Quest gar nicht angenommen. Auf jeden Fall, woher die Ranger für die Daily, ich suche mal eben die Quest raus, mal eben bei mir. Die Spy Daily. So. Woher, Raiders heißen sie, okay. Woher kriegt man die? Wo spawnen die ETC? Weil wir wissen es nicht und haben schon vieles gemacht und wir wissen es immer noch nicht. Und ja, der ist tot. Ich glaube, wir haben einen Tieffeld. Ach ne, ich mache nicht. Da sollten wir nicht dran laufen. Da ist ein Templer nämlich bei. Hier rechts von uns, rechts von uns. Oh, danke. Ja. Ja. Hä, seit wann sind es denn? Acht? Michi nicht so nah. Lass mal ein bisschen weiter weg gehen. Zu einem anderen Eingang. Hä, aber seit er, seit, wenn wir mal ehrlich, seit wann sind es denn acht, die man töten muss? Weiß ich nicht. Das wird da hochgesetzt, oder? Sind einmal acht? Ne, einmal ist acht, einmal ist fünf. Einmal ist die Event. Ne, acht und acht bei mir. Ich habe einmal acht, einmal fünf. Ah, das ist drei Quests, glaube ich. Jetzt habe ich drei Quests, ja. Einmal fünf und zweimal acht. Ja. Und das eine ist im Merchendie-Kommando, ne? Sind die... Hä? Einmal Not-Kommando, einmal... Da sind zwei Event-Seite frei, oder? ... die Spion und einmal die Event. Hä? Man hat doch früher nur... ...zwei mal fünf Prozent Energie des Wachsens. Einmal bei uns und einmal bei denen gekriegt. Da ist eine Quest dazugekommen, Michi. Ja, das eine ist Not-Kommando. Ja, das Not-Kommando ist dazugekommen. Not-Kommando und PPP-Event. Warum laufen wir eigentlich genau mit denen mit, die wo uns die ganze Zeit die Welt wegnehmen können? Äh, weil ich zu einem anderen Eingang möchte. Ich möchte zu dem... Ja, aber wenn der da auch gerade hinläuft, dann bringt es nichts, wenn wir da nicht gehen. Ja, ne gute Normale... Ist ja gut. Ist ja gut. Ich wollte auch nicht so nah am Eingang stehen, weil es halt doof ist. Da, Torbe, rechts. Auf die drei. Jäger. Äh, 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 Asa, Entschuldigung. Er ist im GK-Hide gewesen. Hat ihn auch nicht so weit. Oh Gott, jetzt ist er wieder im Hide. Er hat keinen Dot drauf, also finden wir ihn nicht unbedingt. Nee, wenn wir uns auch im Umkreis sind, ist er nicht mehr. Na egal. Anderer. Ich habe ihn verliebt gemacht. Ja, danke. Das hat mich auch eben ein bisschen gestört. Äh, Storvorteil geschrieben. Da ist wieder eine. Äh, Taube, links. High five, Mage. Äh, rennt, aber den... Das ist übrigens ein Gana. Ah, stimmt, ja. Und der hat Ausweichen noch drin. Noch nicht ziehen, noch nicht ziehen. Jetzt. Ah, Mist, jetzt sind wir auf den Tag gesprungen. Oh Gott, ich habe die Dinger geedit. Und ich habe ein Sieb drauf. Rennen, renn, renn, michi, renn. Rennen, ich komme jetzt gleich hinterher. Nicht drauf gehen. Ich habe doch gesagt, nicht drauf gehen. Egal, wir haben Kisk. Halbd, jetzt war mir, wenn ich sage, rennen, dann rennen, ja. Aber was bringt es mir, wenn ich wegrenne und du dann da drauf gehst? Na, wieso ernsthaft, der hat geklappt? Was bist du denn für ein weichei? Das wachen Pullen dann, scheiß Arschloch. Entschuldigung. Jetzt wäre ehrlich, das war doch nicht zu klatschen, oder? Der hat echt geklatscht dafür, ne? Das ist halt, wenn sie nicht rennert. Hast du mich gerade geheilt? Ach nee, ich dachte gerade, ich hätte einen Tick, ne? Das waren Inseln-Protz, okay. Das erklärt, wieso ich auf einmal mehr Leben hatte, als ich erwartet hatte. Ich dachte, ich habe einen Tick geklickt. Dann noch jemand etwas müde. Ja, ich gehöre definitiv noch ins Bett. Ich muss noch mehr Stunden schlafen. Nochmal zwölf Stunden obendrauf. Oh, ich habe ins Bett mit dir. Oh Gott. Gott, ey. Ist das so fies, ne? Was willst du mit so fies? Da, Taube rechts. Was? Ah, die kämpfen noch. Silberfisch. Aber der andere ist gleich tot, da ist er. Ja, der ist tot. Er war bei mir hinter der Laterne. Ich habe ihn noch nicht gemacht. Ich bin der nächste Taube. Ich habe ihn gerade immer den Baden, der ist auf der Seite. Das ist ein Bot. Ah, nein, der hält aber viel aus, ne? Okay, er ist tot. Wollen wir den Bot zu? Der ist jetzt zu hinten hingelaufen. Da. Jetzt noch wieder eine Bitte an die Tauben, die zuschauen. Einmal bitte diesen Bot da reporten. Danke sehr. Und da kommt der nächste Bot. Guck mal da. Da, 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 der Bot, der Bob, äh, da leckt er sich an, ne? Ich bin der Root, ich bin der Root. Hilf mir. Das Not-Commando, ah, ich hab dir, ich weiß nicht, warum, ne, das Not-Commando war Nostra, kapi. Da hat sich falsch einmal geteilt. Das erklärt auch, wieso. Ja, mhm. Ah, das habe ich auch nie angenommen. Ähm, links von uns. Aber der läuft zurück, oder? Nö, der läuft voll kann in unsere Arme. Ist tot. Links von uns. Ich kann mich nicht bewegen noch. Okay, ich höre den Gadi, aber... Bleib stehen, Gadi! Der von vorher, oder? Äh, nicht so nah. Da, 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 nein, 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 nein. Ihr habt zu viele. Da stehen hinten wieder eine Wache drinnen. Ja, die stehen und wollen dann uns die Wachen drauf halten, ich weiß, was halt blöd, ne? Komm mal mit. Wo er auf mir hin? Da unten. Welcome to V4E, auf E3. Ach, der von eben, diesmal dort, 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 nicht dorthin. Er ist gedottet. Wir müssen gleich kleppen, wir müssen gleich kleppen. Ich muss den marken, sonst schreie ich ja nicht Er hat auf jeden Fall einen Dot drauf, also einen Halt kann er nicht Ziehen Er ist tot Raus, raus, raus Warte, warte, warte Ich muss mal kurz den überhaupt machen Äh, ich weiß gar nicht wo Klapp ist, da Ja komm, erzähl, und zwar ein paar Okay, ja, dann laufen wir Ein paar Ein paar Fede, ja, das trippt's eher, ich muss dich leider stehen lassen, tut mir leid, ich port dich nachher, ja Ja, lauf einfach mal Ich kann nicht, ich bin schon im Woop! Para! What! Ich bin, ich hab mich entstand und was passiert? Para! Ja, fucking Para noch eins Ja, dann nicht so gut Wo lauf ich überhaupt hin? Na, na, na Sorry, ich geh an meine Ich bin eigentlich mal lieber zum Laufen, ich binde sie gerade und zieh sie zurück Ja, ich hab ein Gradier hinter mir, ist ein bisschen kacke Das soll einfach nochmal sagen, dass der, 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 der Welle des, äh, weiter kurz, äh, 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 bestrafene Welle voll unnütze wäre, hm? Nummer 1 rennt ihr hinterher noch Ja, ne, nicht mehr Nur noch ein kleiner Gladi Wenn du aufstehst, kann ich dir den Kill von dem Gladi geben Ja, 7 Ups, ich glaube, ne, er stirbt vorher durch die Lots Ich habe damit nicht gerechnet, dass er so wenig Vielleicht schafft es Ne, er ist tot Entschuldigung Ja, schon kaputt Das ist übrigens die Hero Trials Vielleicht müssen wir sogar Killings machen Ne, in Nosra Aber dann können wir retten Da vorne ist jemand Zwei Der Bot wieder Aber links, links, links ist ein richtiger Spieler Ne, auch nicht Hä? Wir sind zwei Bots Okay, ich glaube, du brauchst noch einen Kill, ne? Oh, ich hab's jetzt Ne, weil ich jetzt gerade meinen achten Kill gekriegt habe Ja, ich bin aber auch manchmal allein hier Weißt du, das ist aber keine Ahnung Oh, Wachstums-Synergie Taube Links Etatech, Final Heaven Kriegt die vier Das sind zwei Etatech Er hat Nussabstieg benutzt Wie der andere einfach wegrennt, ja Jetzt geht er, ist auf Hinter uns Hinter uns Hinter uns Hinter uns Kann ich wirklich helfen können Wann kommt zur Zeit noch? Okay Äh, hinter uns ist noch einer Jetzt schmeißt du mir eine Gletscher-Scheibe auf den Kopf? Nö Oder nicht Oh, dieser scheiße Text sieht so aus Entweder der Gletscher-Scheibe oder der kleine Mage-Skill da Da ist wieder ein Bot Das ist so offensichtlich, dass das ein Bot ist Boots ist da Oh, eins kommt auch wieder Perfekt Nö, der hat dich Muss ein bisschen wegnehmen Äh, Gott Dann wieder da runtergucken, ob Yasa noch da ist Äh, ja, aber ich glaube, den habe ich nicht mehr gemerkt Den habe ich im Übermarkt Da kann man mal dahinter durchlaufen Sure, Shadowwalk, äh, Windwalk, äh, Windwalk ist doch Auf jeden Fall ist jemand im Hight Wahrscheinlich, ich glaube, das ist genau der Ja, links von uns Also, geradeaus da Das ist, glaube ich, wieder ein Bot, ne? Jep Ja, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass unsere lieben Täubchen ihre Bots nicht sorgfältig genug reporten Sondern lieber Sachen einkaufen können Ja, das denke ich auch Hat auch seinen Grund, dass die Preise auf EGOS-Seite für China viel viel Rewer sind, weiß nicht mehr, benutzt wird Ja, Tideportabak Ähm Das haben wir ja zur Festung dran laufen Hi, na Muss heute noch ganz viel reden gehen, ich habe keine Lust drauf Aber schuld Zauber irgendwo Buffalo Nings Biddle on the wind Templar Ist okay, ich kann das nicht machen, okay, jetzt Kriegt Silence, kriegt Schweigen Also, Füße Schweigen Wupp Ey, da war viel aus Ah, er hat mich gerade zauber Hat Eisenhout noch an Scheiße, ich hätte ihn eben bluten müssen Stopp Wache Oh Gott, ich wäre da jetzt so blind Auch nicht mehr ist noch einer Ich wäre da einfach reingeraten, ich bin so blöd Nee, nee, ich klicke ihn gar nicht rein Others Ich glaube, der Sock steht da gerade so Hä, wieso kann ich nichts machen? Oh, ich habe einen Silent-Gottstein drauf Der Silent-Gottstein prockt echt gut Eta-Tech Ich glaube, den haben wir eben schon mal getötet Könnte sein Da gucken sie von oben runter auf uns Von der Festung Sollen sie euch machen? Also nicht nur ein Eta-Tech, ich schaue ein Bade dahinter Ja, bei der Bade Wir machen beide irgendwie nur Danke für die Vertretung Warte, mach einfach hinter uns, Asser Ach nee, oh Gott Ich dachte gerade, der Notausstieg sei, dass Asser anspringen gewesen Als irgendwie so Bespringt würde Ja, ist tot Dieser Mobter hat gerade echt gepupst Ähm Links Hä, wo ist denn der? Der ist in der Festung oben drauf Achso, okay, weil Der macht nur uns Nein, 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 hier geradeaus, hier geradeaus Wenn du hier ins Wasser reinläufst, ist einer Ach, schau, ich meine, okay Ja, ihr habt bloß den oben in der Festung gesehen Aber wir stehen sechs so Fangen sechs Oh, die leveln bestimmt zusammen Oh, dann sterben sie jetzt zusammen Ist auch was Ja Mal query Sorry, wir machen gerade PvP-Kills Alter, der hält fast so viel aus Ja, geil, der war da Wär, AP-Bot Kann der mal aufhören Achso, warte, der andere ist schon verputt Hä, wo ist denn der andere? Ich bin hergezogen Der liegt gerade neben ihm Achso, der ist schon gestorben Aber gut, okay Hat sich jetzt gerade weggepautet Da oben Ich glaube, er ist ober auf der Brücke, okay Äh, dann lass mal wieder zu hinten Ich bin gleich halt weg gerade von meinem Ja, nein, da hinten kannst du nicht hoch Ja, da rüber Ähm, padum, padum Array ist wieder irgendwo Wahrscheinlich Der eine, der beobachtet uns Süß Ähm, ja da Er läuft jetzt zur Festung Ja, aber er läuft Ja, er läuft jetzt zurück Da kommt noch mal einer genau gerade auf uns zu Mit dem Mount Ich root ihn Root, ich vier ihn Ich siehe rollen Da kommt jemand auf mich zu Buffalo greift mich an Ich merke ihn einfach gar nicht Ähm Okay, gut Hast du wieder nicht gemacht? Ja, muss man nicht mal marken Komm, lass gehen Lass gehen Ich gehe ganz bestimmt nicht an die Wachen in die Nähe Wenn da ein Templar ist Apropos Wachen Ich sollte nicht in die Wache da reinrennen Links, links, links 4, 4, 4 Feine helfen Oh Leute, die Wasserdrachenwaffe Wasserdrachen Hast du schon geführt? Nein Du brauchst Templar nicht fieren Äh, gladi Äh, Etertech Etertech Ja, scheiße Ich hatte es irgendwie gerade Michi, kommst du mir in die Nähe Ja Scheiße, ich kann gar nichts machen Templar gerade versucht mich zu ziehen Okay, ich kann mich selber vertreten Nein, ich bin tot Krieg nichts auf Ja, ich Ich habe auch nicht Das ist das falsche Ziel Ich finde das falsche Ziel Wieso bin ich das denn? Nein, das ist okay Oh Gott Ich bin so müde Ich sterbe noch nicht, ihr Noobs Und du stehst Und stehst Und zwei Minuten kann ich dich porten Ja, zwei Minuten können ja ein bisschen schwer werden Ja Dann musst du es eigenständig schaffen Ja, jetzt bist du tot Passiert Halbster Stimm Obwohl Ne, ne, du bist mir ja zu schlecht Tut mir leid Ich kann dich nicht mehr im PvP mitnehmen Das ist das Ich Okay, habe ich hier Was? Nein Oh Gott Ich habe wieder, weil Ich vergesse immer im PvP meine Erdverwandlung zu ziehen, ne Wenn ich angegriffen werde Weil ich mir einfach denke Ja, solltest du mir mal denken Nein, aber irgendwie lohnt sich das Dann weiß ich es nicht Hätte es sich aber gerade gelohnt Ne, ich wäre auch nur zwei Meter weitergekommen Und dann totlose Doch, mit der Erdverwandlung wäre es schon noch Lang genug am Leben gewesen Dass ich hätte mir ein Schild schmeißen können Ja, aber wir wären trotzdem tot gewesen Ach was Hättest du Massive gemacht Und dann hätten alle Alle in Ruhe wegspazieren können Ne, eben nicht Weil da Ethertext bei war Und Ethertext haben so hohe Vieresysteme Ja, der Ethertext hat doch einen nicht Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts Ach, die scheisse ist das gerade. Aus, aus, blick ihn aus, gneckt. Ähm. Wee, 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 taube, 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 taube. Jemand denkt, dass die hier in den Wachen sicher sind? Nein, das denken sie nicht, die wollen die, äh, Anquatschpress machen. Ja, aber doch nicht wenn der... warte, Asmus dazwischenstehen. Ja, man könnte sie ja durchlaufen lassen, aber nee, nee, nicht wenn wir zusammen unterwegs sind. Wenn ich allein bin, lasse ich sie vielleicht durchlaufen, ne? Ja, nicht mal, wenn ich alleine drüber bin, wenn ich alle Wachen hier drinnen in der Autow habe. Du bist wie Huna, ne? Hauptsache die Taube stirbt. Wo ist sowas von? Wenn die so frisch, dann mach ich das. Rechts, 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 rechts auf Mount. Ne. Doch, ah. Doch, ist es ein Mount. Das ist das, ähm. Ja, das Trikot. Ja. Ja, ne, der ist zu schnell. Ach was, der ist nicht so schnell, ich krieg ihn gleich. Ah, hab ich hin. Wie ihr Dummes. Wieso läuft er nicht direkt einen Weg, so wie wir, und macht hier den Umstand und läuft auf die Ecke? Er ist von seinem Mount. Er muss nicht hin. Überdach. Da. Das hat mich grad ein bisschen verwirrt. Ich hatte gedacht, er hat seinen Rücken selber anders gewesen. Naja, egal. Vorsicht, da wird dich gleich anschießen. Und sich grad einmal gezogen. Ja, er ist bei mir hinter der Wand. Och Gott, hör auf zu springen die ganze Zeit. Bleib stehen. Gehen. So. Jetzt kaputt. Da sind wieder zwei Tauben. Buh. Ich muss halt nur randaufen und sie laufen weg. So süß. Alles okay? Verstehst du so? Ja. Warte. Ja, ich warte. Ich warte. Oh, wir sollten hier weg. Jetzt sind's vier. Also langsam werden's viele. Die sollten hier nicht... Ach, wir werden schon mal durch hier. Wieso? Ich will die nicht angreifen. Doch! Komm mal rein! Wenn wir drei von vier wegnehmen noch, dann haben wir eine 2 zu 3 geboten. Ja. Theoretisch können wir auch alle vier mitnehmen. Die sind echt schlecht. Irgendwo ist ein Kredit da vorne. Geradeaus auf der Straße. Wieder. Oha. Er ist nach rechts geblieben. Ja, er ist hier hingelaufen. Naja, aber nicht immer im Radius. Also er ist halt von der Bewegung her erst hier hin und dann hat er sich umgedreht und ist hier. Ja, dann kann ihn anfangen vom Hight meistens sehen. Bevor jetzt irgendwer denkt, ich hacke. Okay. Nein, nein! Evades! Evades! Ihr hinten, hinten, hinten! Läuft ganz hinten zur Richtung im Base schon viel zu weit weg. Moment, Rasserei, ja. Lassen wir ihn. Rasserei halt, ne? Ähm. Ja. Ne, aber... Das Lustige ist... Selbst wenn jetzt irgendein Asser oder irgendetwas behaupten würde, ich würde hacken. Ich mein, man sieht wirklich mein Spiel in der Aufnahme, ja. Da auf der Straße kommt der. Kommt zu uns ran. Läuft rückwärts, ist er doof oder so? Hight wieder. Ja, ich weiß. Hab ihn. Ja, aber soweit komm ich. Ja. Ja, ich ahne. Ist halt Jäger. Äh, Jäger sag ich schon. Ähm. Bleib hier. Wieso Öse lacht und klappt der jetzt? Ich mein, das ist kein Können mit nem Asser wegzurennen. Ich mein, Asser ist... Buh, ja, dann boob ich auch. Über durchgehendes Laufen. Oh, es gibt's mir. Oh, es gibt's mir. Oh, weiter. Es gibt's mir. Okay, der war gut. Oh, Gott. Warte, soll ich mal was machen? Kommt zu zweit. Oh. Zieh mal. Jetzt soll wieder weit. Hadi zwei versuchen wegzurennen. Hadi, bleib bei mir. Ich hab ihn jetzt um Mark, ne? Äh, taube, 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 Asser auf mir. Ich muss... Ich hab dich doch. Ja, es ging mir beim... Ich muss... Ich muss, äh, Dings drücken. Zwei kommt wieder. Fokus zwei. Ah, das ist zu viel. Ja, wieder weg. Da war auch grad ein Vieh auf mir. Ah, Gott. Weißt du, jetzt hat er eben geklappt, aber wofür? Dafür, dass er uns jetzt gezergt hat, oder was? Ne? Michi schischern sogar noch. Ich hab nächstes Mal ne Erdverwandlung gezogen, ja. Aber weißt du, was... Was war daran jetzt toll? Das war halt grade kein Können mehr. Ja, aber jetzt kriegen sie ihre Killquest damit vor. Jetzt sind sie glücklich. Ja, aber auch nur nicht alle, ne? Können sie nachher sagen, Boah, hier, wir haben hier zu... Keine Ahnung, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Vergesst du den Asser nicht? Wen ich verzählt hab. Ah, viele. Eins, zwei, drei, viele. Zwei Assers in Templern, in Gladi, und irgendwas Spiegelndes. Ah, das einzige nervige war der Templer, um ehrlich zu sein. Ich hasse das, rangezogen zu werden. Ach, ja, aber da kannst du auch los machen. Und ich hab sogar ein Vier gekriegt. Ja, ich hab das Ginseng-Geräusch gehört. Moment, Ginseng? Wie sagt der Ginseng? Ginseng ist... Ja, aber woher? Es war ein Drang 1er. Ja, früher halt. Ja, aber es war ein Drang 1er. Ja, und ich bin auch langer Zeitrang 1er. Ah, okay. Gut, 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 gut. Danke. Ich weiß, dass du passt. Du hast keinen Laufhallen um. Wollen wir noch mal reinlaufen? Ah, ich hab noch mehr rausgerufen. Wollen wir noch mal reinlaufen? Egal. Okay. Ich bände mich jetzt die Folge. Ja, nochmal, okay. Ne, wir machen, falls die vier... Ne, die pupst dich gleich weg. Kommst du dich hinterher? Weißt du? Die pupst dich weg. Und wer sich das fragt... Da steht doch mal eine Aufnahme. Ja, ich sage zu... Ethatex, die... Er ist auf den Mount, er ist auf den Höllenross. Wieso hat der einen Höllenross? Er ist kein Deathbringer. Oh, sieht man das bei den... Sieht man das eigentlich? Vielleicht hast du das beim Shugo-Spiel auch kriegen können, ne? 1, 1, 1, 1, 1. 4 kommt auch wieder zurück. Ah, ihr wurd gezogen. Ich wollt grad den 4 machen, und dann wurde ich gezogen. Äh, scheiße. Wow, du bist aber grad geplatzt. Nichts abkriegt, an Schild. So hab ich die 1 auf den Templer gesetzt. Scheiße, jetzt hab ich mich selber gearscht. Ja, ich hätt... Ich hab grade, war ich hier im Denken, ich muss die 1 töten, ne? Ist mir aufgefallen, scheiße, die 1 der Templer, aber da war ich schon drauf. Ja, ich... ich sterbe Obelisten auf. Obelisten? Ja, wir haben genug Kills gemacht, von daher. Quiz ist fertig. Ich bleib mal irgendwie aufhören. Okay, okay. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Äh, viel Spaß bei weiteren Folgen. Zum Teil war es jetzt ein bisschen Zerke von uns, zum Teil war es gezerkt werden. Es war halt morgendliches PvP, das heißt, die richtigen, Anführungszeichen, Könner, waren noch nicht da. Und ja, ich hoffe, ihr hattet daran Spaß und bis demnächst. Und das war es.